Eine neue Bavaria der Vision-Linie. Kaum feststellbar, dass es sich hier nicht um die bereits bekannte 46er handelt, sondern um die kleinere Schwester, die 42 Vision. Wenn man genau hinsieht, dann erkennt man aber einige Auffälligkeiten. Der Rumpf ist gedrungener, was an mehr Freibordhöhe und Breite im Verhältnis zur Gesamtlänge liegt. Denn auf den Wohnkomfort der 46-Fuß-Jacht soll man auch auf 12,5 m Länge nicht verzichten. Unterdeck ist daher alles fast genauso wie bei der großen Vision. Das Layout wurde übernommen. Ebenso wie viele praktische Details. So ist das Bett in der Achterkabine wahlweise als eine Doppelliege mit King-Size-Maß oder als zwei Einzelbetten nutzbar. Die Pantry bietet großzügigen Platz und viel Arbeitsfläche. Der Salon wirkt aufgeräumt und luftig. Doch irgendwo müssen sich die fehlenden vier Fuß bemerkbar machen. Das tun sie tatsächlich und zwar im Vorschiff. Hier ist das Raumangebot begrenzt, das Inselbett für zwei Personen eher eng. Ansonsten aber punktet der Ausbau mit guter Verarbeitung und robuster Qualität. Wohnen lässt es sich auch auf 42 Fuß insgesamt also komfortabel. Doch wie sieht es bei dem 10 Tonnen schweren Fahrtenschiff mit der Segelleistung aus? Die Antwort gut. Seglerisch überzeugt die Giebelstädterin bei vier bis fünf Windstärken mit fast schon sportlichem Temperament. Bei 40 Grad am Wind lockt der Tester 7,2 Knoten. Mit dem Gennacker beschleunigt die 42er bis auf 8,8 Knoten. Darüber hinaus wurde vor allem das sanfte Sehverhalten des Fahrdesigns als positiv bewertet. Auch bei zunehmend ruppiger See steuert es mühelos über die Wellen, ohne zu stampfen. Auch mit diesen Eigenschaften gleicht sie wieder ihrer großen Schwester. Die nahe Verwandtschaft zeigt sich auch an Deck. Das Cockpit ist ebenfalls asymmetrisch angelegt. Wird der festangebaute Tisch abgesenkt, entsteht eine üppige Liegefläche für Sonnenanbeter, die übrigens exakt dieselben Maße hat wie die der 46er. Einzig der Platz hinter den beiden Steuerrädern ist etwas geringer. Negativ fiel dem Yachttester an Deck nur auf, dass die Rettungsinsel kein eigenes Staufach hat, sondern in der tiefen Wachskiste gelagert wird und im Notfall umständlich hervorgeholt werden muss. Das Konzept der eigener Yacht geht auch auf 42 Fuß auf. Kleiner klappt es dann wohl nicht mehr. Auch bei den Konkurrentinnen von Beneteau und Janot ist in diesem Größen-Segment Schluss. Was den Preis angeht, schlägt Bavaria mal wieder diese Konkurrenz. Die 42 Vision kostet segelfertig rund 163.000 Euro. Die Sun Odyssey 41 DS von Janot, die ebenfalls brandneu auf dem Markt ist, schlägt mit immerhin 192.000 Euro zu Buche. Eine Differenz, die man bei Bavaria gut in die Assistenzsysteme investieren kann. Denn wie sollte es auch anders sein? Trim und Dock Control hat nicht nur die große Schwester, sondern kann natürlich auch für die 42 geordert werden. Den ausführlichen Testbericht gibt es übrigens bei Yacht Online als PDF zum Download.